Weiter geht's mit Rogue Legacy. Solange MicroVolks auch in der Wartung ist, spiele ich das halt mal weiter. Ja, mir ist es jetzt eigentlich auch egal, wie ich jetzt spiele. Was heißt mir egal? Also mir ist es nicht egal, bloß... In dem Sinne ist es jetzt egal, weil... Keine Ahnung, vielleicht... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Ja, das ist doch irgendwie Alessaga, anstatt jetzt rumzufarmen oder irgendwas in Art, bis ich die Orbs bekomme, um gegen Alessander zu kämpfen oder gegen irgendjemand anderen. So, das meinte ich damit. So, das haben wir jetzt auch erklärt, weil ich brauche ja noch Alessander, ich brauche noch diesen Heo Deklis, der... Ah ja, man merkt, ich habe nicht gespielt. Das solltet ihr nicht tun, ihr solltet immer spielen. Ist auch nicht gut, ich jetzt annehmen, wie sie so haben. So, jetzt sind schon mal zwei weg. Ähm, ich habe überlegt, dass ich Rob Legacy dann wieder mit Camp Stacia rendern tue, weil einfach zwei Gigabyte für, weiß nicht, 20-Minute-Video ist einfach zu viel zu lohnen. Dann bin ich den ganzen Tag da, daran. Also, das heißt, ihr kriegt ein bisschen schlechtere Rad-D-Vision. Ähm, ich hoffe, weil das nicht so schlimm ist. Warum sollte das schlimm sein? Ah, ich nehme zu viel Schaden gerade, ey, das ist ja unglaublich. Nicht gut im Video-Game spielen. Aber egal. Wenn ich dich immer öfters so opfern würde, das wäre es alles ein bisschen einfacher. Oh, ja. Weg dir. Ah, verdummt. Ich muss mich gerade wieder dran gewöhnen, ey. Ja, besonders mit An... ähm... An dem, wie sie da... ...das ich ja andersrum machen soll. Es ist ein bisschen schwierig, aber es ist egal, ob es auch jetzt klappt. Irgendwie... So, nice, nice, nice. Was kriege ich? Sprint-Runde. Sehr schön. Brauche ich aber nicht. Ach, falsche Richtung. Genau. Ich bin nicht gut. Nee, nee. Take my damage. Oh Gott, wie sollen wir das denn schaffen? Schafft man nicht. Ähm, weil ich kein Dings bin. Assassine. Das ist so schlimm. Ja, Assassine macht das Spiel so einfach. Da oben ist was. Den mal hier weg. Jetzt werde ich mal echt mal Steam... äh... ...steam offline stellen mal. Ach, zu kurz. Na ja, ich krieg's ja genug MP wieder durch... äh... ...töten der Gegner. Also von daher ist alles in Ordnung. Nicht ganz, was ich haben wollte. Also die Orbs zu bekommen, ist extrem viel mit Glückssache zu tun. Merke ich. Halt. Ja gut, aber solange ich Geld bekomme, ist es alles in Ordnung. Ähm, ja. Mal gucken. Das ist ein Tagebuch. Das ist jetzt 16. glaube ich. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ja, komm. Danke. Da hab ich nochmals getroffen. Sehr nice. Nice, nice, nice. Nice. So. So. Gold, 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 gold. Dann haben wir halt ein bisschen gold. Ja, gold, 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 gold. 2500 ist schon viel gold jetzt so. Egal, 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 egal. Ich muss mich erstmal gerade wieder reinfinden in das Spiel. Woop. Wupf. Ja, das machen wir auch nicht viel. Das machen wir nicht viel. Ja. Das machen wir auch nicht mehr. Ja. Das machen wir auch nicht mehr. Ja. 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 fress mich die waffenknochen sehr schön alles sehr schön sind das neue räume oder wie das sind der wenn da noch aus zu zerstören sind machen am meisten spaß so richtig richtig viel spaß da nichts besseres hier hat man sachen zu sachen zerstört nicht ganz was ich wollte gold 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 nehme die nochmal das zum max out dass ich м ich wollte kaufen ich glaube ja nicht ich muss jetzt in diesen g plus ist reinkommen und mehr geld zu kommen das einzige was ich jetzt bräuchte haben muss sollte müsste keine ahnung hier zum report Nee, wirklich, das ist ja immer noch überpowered, dieses Spell. Also, da sammeln wir es ja auch nicht alles ein. Das ist voll schlimm, so, ne? Voll der Noob. Und bevor ihr verschwindet, so, so, alles sehr schön, schön. Das ist ja schön hier. Oh, mein Gott. Sehr schön. Ich war gerade überlegen, hä, kann man, muss man nicht fliegen eigentlich, hier, um hierher zu kommen? Na gut, egal. Einfache Links sind einfach, ne? Tag, Ruf, 17. Ich muss unbedingt diese Orbs finden, ne? Ops, hier, diese komische, äh, Medaille, oder so. Ach komm. Ah, komm, tötte mich. Danke sehr. Ja. Dahin war gerade eine Schatzkiste. Äh, Spaceford. Ja, nehmen wir den. Ich muss ja diese Medaille finden unbedingt, aber es ist so schwierig immer zu finden. Meine Meinung nach, ne? Meine Meinung nach, ne? Also, ich wollte schon hier runter hin. Tag, 19 oder so? 18, okay. Wo ist der Eingang? Ah, da auf jeden Fall nicht. Da nicht. Noch nicht. Oder, ich weiß nicht. Oder, ich weiß nicht. Äh, ja komm, Assassiner. Hm, MP und HP vertauscht. Oh, das ist nicht gut. Aber solange ich den Boss finde, ist es in Ordnung. Wirklich, wirklich in Ordnung. Ich muss ja nur irgendwie... Ach, du Typ. Ja, komm, wir machen. Wow, wow. Typ ist Trolling. Ja, gut. Ja, du, du, du. Ah, gut gehen. Oh, muss ich klein sein. Okay. Okay, warum bin ich hier unten? Nice. Oh, Alter, Schwede. Guardian Schwartz, ist so schön. Und da haben wir schon ein Boss gefunden. Das ist sehr schön. Menge Gold. Okay. Nee, 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 nee. Was wir jetzt erstmal machen werden, ist, hier ein bisschen was machen. Gucken, ob ich einen anderen Boss kämpfe, wenn man mitfinde. So. Ey, die Terraria schlagen, mach ich gleich. Äh, 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 äh. Warum gibt's da nix? Schneid weg. Sind ja übelst nervig. So, okay. Nice, nice, nice Kill. Sind alles sehr nice, einfache Kills. Okay. Ne, nicht ganz, was ich haben wollte. Aber da war ich schon, dass es bei diesen Gegnern nicht gibt's. Ich weiß. Ähm, bei diesen Sachen da. Gucken. Äh, den, sehr schön. Ja, natürlich ist da nix. Take no damage ist machbar. Weil ich zweimal schwimmen kann. Nice. Bounty für mehr Geld ist in Ordnung. Bosskampf, ja. Aber ich brauch hier dieses, ähm, Dings. Und das krieg ich ja nicht. Das ist ja ein bisschen schwierig grad. Ich weiß ja nicht, ob das New Game mit der Schwierigkeitsstufe ein bisschen erhöht wird oder so. Das weiß ich nicht. Das ist momentan ein bisschen das Problem bei mir. Will ja nicht unnötig schwieriger machen. Sonst ist es ja locker. Gibt's nix mehr? Ist okay. Ui. Hat das nicht, grad nicht angezeigt. Das ist sehr lustig. Das war knapp. Kein Abknopf, aber alles knapp. Das ist knapp. Ähm. Ich brauche dieses... Naja, du bist schon ne Schad-Tour, aber nicht das, was ich haben wollte. Das ist nix. Musikbox brauche ich auch nicht. Auf die Pace-Room. Ja. Ich dachte, ich komme da durch. Da komme ich auch wieder durch. Speed... Kein Speedrun. Speedrun für Big-Damage-Push. Oh man. So. So, 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 so. Gold, 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 gold. Gold. Nicht nur Gold. Na, du, so, 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 so. Oh, das war knapp. Knappe Angelegenheiten hier. Film's nice, dass es hier oben irgendwas geben soll. Was es nicht gibt. Hm, das ist ein Trolle. Nicht nur zerstören wie Gold. Ich habe hier wieder zurückbezubekommen. Immer sehr nice. Ja. Ja. Bep, 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 bep. Da sind wir wieder zurück. Wenn man hier nichts braucht. Oder vielleicht noch ein bisschen Glück. Mit Sachen zu bekommen. Aber ich bekomme ja nicht die Sachen. Das ist so schlimm. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Dieses rumgefahren immer wieder. Ach, ja, ja, ja. Ach, ja, 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 ja. Bisschen Buggy. Oh, Diamant, schön. Immer noch Buggy. Ach, nix. So, weg dir. Den auch weg. Dann sammle ich halt einfach was anderes. Solange... Ist ja auch nicht so schlimm. Vollkommen okay. Ich habe mich mit einem Minibox da aufgesiebt. Was kriegen wir? Hasrune, is good. Ich habe mich mit einem Minibox. Hoppala. Bang, bang, bang. Mal gucken. Läuft runter, das ist noch nicht. Alles sehr schön momentan, aber ich brauche was anderes. Was für mich noch mehr Geld. Was ich überhaupt nicht brauche. So, wir wissen ja, wo der Bossraum ist. Das ist sehr schön. Geh mal weiter hier oben hin. So, da hin. Da mal ein bisschen Loot hin. Oder sterben, besser gesagt. Ja, sterben. Sterben ist schön. Aber egal, wir haben sehr viele Gnome-Pysik. Ein paar Sprinten bekommen. Nehmen wir den hier. Was ich unbedingt bräuchte, wäre Damage und HP. Und mehr HP. 600, kann ich auch irgendwas machen? Neun, kann ich nicht. Mal befechtigen. Erdlegiges, nie. Jetzt in Ordnung. So, dann töten wir einfach mal den Boss jetzt. Vielleicht haben wir gleich noch die Chance, irgendwas zu machen. Mal gucken. Ich sag immer, Terraria ist Slime. Weil das so selber nach Schleim aussieht in Terraria. Aber der ist ja nicht so schlimm wie die anderen. Dann hat er Speedboost bekommen. Oh ja, ähm. Oh, leider. Oh, ich habe keinen Zahn, 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 Zahn. Wie dumm ist das denn? Better Nerf. Oh, wirklich. Sehen die Schleime schneller geworden eigentlich? Sieht so der bitte noch aus, ey. Ah, verdammt. Ja. Ich en die Schleime schneller Lost. Ich .